Sebastian, willkommen zurück am Tegernsee. Wieder sind wir eine Woche hier zu Gast. Was begeistert dich auch persönlich vielleicht hier an der Region und wie war so euer erster Tag? Ja, grundsätzlich ist es einfach, wenn man sich hier umschaut, schön fürs Auge. Heute ist es leider noch Wolken behangen und es regnet viel, was mir besonders leidtut für die Fans, die jetzt hier mit dabei sind. Aber grundsätzlich haben wir hier unglaubliche Bedingungen. Das Hotel, wir sind super untergebracht, aber auch hier Platz und natürlich die Landschaft. Also das geht nicht viel besser. Das klingt auf jeden Fall alles schon mal richtig gut. Eine schöne Woche steht hoffentlich uns bevor. Sebastian, worauf kommt es auch immer an in so einem Trainingslager? Ja, es sind unterschiedliche Bereiche. Einerseits will man natürlich als Gruppe zusammenwachsen, eines gewissen Spirit entwickeln. Ja, auch neben dem Platz dann gemeinsam zu tun, um sich auf anderer Ebene dann auch mal zu begegnen und kennenzulernen. Wir haben jetzt nicht so viele neue Spieler. Mit David Raum, der jetzt gar nicht dabei ist und Angelo eigentlich nur zwei Neuverpflichtungen. Und trotzdem auch für die anderen ist es immer gut. Und dann aber natürlich auch auf dem Platz geht es darum, die Spielidee einfach zu festigen, zu entwickeln, Fitness zu entwickeln. Das sind so die Schwerpunkte. Du hast jetzt schon vieles angesprochen. Wir haben bereits einen Test hinter uns, einer dann am Ende des Trainingslagers. Wie wichtig sind die auch? Ich sage jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, dass man eben diese Tests auch hat nochmal im Trainingslager. Ja, wichtig. Natürlich kriegt man dadurch einfach ein Feedback. Man trainiert untereinander. Da kann man natürlich schon ein Gefühl entwickeln. Und trotzdem sind dann die Testspiele einfach auch ein Gradmesser, wo man gerade gerade steht. Und wir hatten jetzt mit Heidenheim direkt ja einfach einen guten Gradmesser. Ich verliere nicht gerne. Und trotzdem muss man in der aktuellen Phase das Ergebnis jetzt nicht zu hoch hängen. Ja, und trotzdem haben wir da auch Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt gleich auch in die Woche mitnehmen können. Und genauso wird es dann sicher auch mit dem Viertespiel sein. Abschließend noch Sebastian, Hand aufs Herz. Trainingslager. Es geht dann immer so Schlag auf Schlag. Und eigentlich steht dann schon das erste Pflichtspiel an Anfang August. Wie sehr freut man sich darauf? Sehr. Die Akkus sind wieder voll. Das merke ich jetzt schon. Auch in den ersten zwei Wochen hat es mir unglaublich Spaß gemacht. Und natürlich die Aussicht auf Fans möglicherweise im Stadion. Das wäre schon sensationell. Gestern waren schon ein paar da. Das ist einfach dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Und nein, die Vorfreude ist riesengroß. Jetzt müssen wir nur noch mal ein paar Wochen hart arbeiten und uns gut vorbereiten.